Oh shit, da sind wir wieder, damn, nach, ich würde behaupten, über einem Jahr, eineinhalb Jahre, ich weiß nicht, wann wir dieses Spiel letztes Mal angefasst haben, oh mein Gott, Digga, Yu-Gi-Oh, Legacy of the Duelist, äh, ich glaube, wir haben die ersten vier Staffeln, Yu-Gi-Oh, Yu-Gi-Oh GX, Yu-Gi-Oh 5Ds und Yu-Gi-Oh 6l, haben wir, glaube ich, gespielt, doch, Yu-Gi-Oh 6l müsste das letzte gewesen sein, mit den, mit den Xyz Monstern, und, äh, mit den Xyz Beschwörungen und mit, äh, Yuma und dem Flow, äh, Yu-Gi-Oh Arc V und Yu-Gi-Oh Reigns sind seit da dazugekommen und sind mittlerweile, glaube ich, sogar, äh, komplett. Es geht endlich in die nächste Staffel von Yu-Gi-Oh, nicht Duolinks, nein, das richtige TCG, äh, ja, schauen wir einfach mal, ich bin super gespannt, äh, wie die Story weitergeht, denn, ich hab ja Yu-Gi-Oh nie ganz gesehen, und ich muss sagen, dass ich, äh, 5Ds ganz gut fand, äh, 6l war auch okay, auch wenn's ein bisschen übertrieben war, meiner Meinung nach, so, schauen wir mal, welche Apokalypse uns heute wieder heimsuchen wird, die Aktion Schwingen, äh, ähm, Agni-Geschichten werden geladen, Dies ist die Geschichte von, äh, Yuya Sakaki, Yuya Sakaki, also, ha, Okay, wohl eher Yuya Bukaki, Für einige ist der eine, ach, das ist ein, Er, oh, okay, Für andere eine Knalltüte, Yuya ist also der Hauptcharakter, Oh, das ist der Hauptcharakter, What? Digga, wie, wie sind wir, Wie sind wir von Yugi Muto Auf den hier gekommen? Halte dich an den Rat deines Vaters, Yuya, Versuche zu lachen, wenn dir, äh, nach Weinen zumute ist. Hey! Will der Dude gerade dem Kleinen erzählen, Wenn das Weinen nicht okay ist? Toxic Masculinity. Es wird dir die Kraft geben, weiter voranzukommen. Aha. Genau wie in einem Duell. Äh, 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 in einem Duell? Das Wichtigste beim Duellieren ist, An dein Deck zu glauben. Und an dich selbst. Wenn du zurückliegst, Kannst du immer noch alles aufholen Und das Blatt wenden. Wie bei einer Fallenkarte. Also mache dir niemals zu viele Sorgen. Versuche einfach, das Erlebnis zu genießen. Erinnere dich immer daran, Äh, äh, an das, Was ich dir gesagt habe, Yuya. Es könnte dir eines Tages helfen. Digga, warum sehen alle Yu-Gi-Oh! Charakter mittlerweile aus, Wie irgendwelche Punk-Bodybuilder, Die Midlife-Crisis haben, Alter. So, allerdings ist Yuya's Vater Nur, äh, nicht nur nicht erschienen. Er wurde auch nie wieder gesehen. Oha. Immer diese Eltern, die verschwinden, ne? Vor allem die Väter. Mock, Dankeschön für den, Für den, äh, Sub-Gift. Gift-Sub. Drei Jahre später? Auf Skip Boyles Yu-N-Show Du-Dual-Schule. Yu-Show-Dual-School? Gong-Strong. Was sind das für Charakter? Ey, es tut mir leid. Ich will mich nicht über Yu-Gi-Oh! lustig machen, Weil ich dann wieder so Leute in den Kommentaren habe, Die sich übelst weg-triggern, Digga. Aber, Das kannst du doch nicht ernst nehmen, Diesen Charakter. Gong-Strong. Okay, Yuya. Es ist Zeit, In den, äh, Mittelpunkt zu treten Und Gong zu zeigen, Aus welchem Holz du gesnitzt bist. Showtime, meine Damen und Herren. Susu Boyle. Oh Gott. Gong-Strong. Ey, die... Hast du auch Ga-Ga-Ga-Ga-Gu-Gu-Gu-Ba-Ba-Ba-Monster? Oder, oder sind die noch lächerlicher? Nico Smiley! Ha! Okay. Okay, Bro. Okay. Schön Tag. Wer bist du? Ich bin Nico Smiley, Duell-Manager und Promoter. Derzeit vertrete ich den Amtierenden Action-Duell-Champion, Den Vorschlaghammer. Nicht der Vorschlaghammer. Der Vorschlaghammer Veranstaltet einen Tag des Fans mit Leo Institut für Duelle. What the fuck? Lädst du mich ein? Mich mit dem Vorschlaghammer zu duellieren? Das ist deine Chance, das Verschwinden deines Vaters wieder Ruhe zu machen. Ruhe der die Frons, ne? Susu Boyle und Skip Boyle. Sind das Geschwister? Oder sind das Mann-Frau? Oder... Du hast doch gesagt, du würdest Yu ja niemals an diesem Duell teilen. Ist Skip Boyle unser bester... Ist das der Joey der Staffel? Ist das der Joey Wheeler der Staffel? Alter, diese Charakter. Ich kann... I can't. I can't. For real. Ja, der einzig wahre. Und, äh... Du bist bereit, dieses Show-Feuerwerk abzubrennen? Das Lachen wird... Ich meine natürlich, das Lachen wird ja vergehen, wenn der Vorschlaghammer nicht zerquitscht. Der Vorschlaghammer gegen der Profi. Let's go. In dieser Lektion lernst du, wie man eine Pendelbeschwörung macht. Zuerst zeigen wir dir, wie die Pendelkarten funktionieren. Oh Gott, ja, stimmt. Da ist ja schon wieder eine neue Mechanic drin, ne? Ich meine, Exis-Monster habe ich mittlerweile verstanden. Synchro-Monster ebenfalls. Okay, gehen wir ins nächste über. Pendel-Beschwörungen. Diese Karten können entweder als Monster-Karten gespielt werden oder als Zauberkarten. Oh, okay. Okay. Also Monster sind Monster sind jetzt auch Zauberkarten. Cool, Yu-Gi-Oh! Damals, als ich Yu-Gi-Oh! gespielt habe, früher, gab es Zauberkarten, Fallenkarten und Monsterkarten. Für einige Monster musste man andere Monster opfern und für andere nicht. Und das höchste der Gefühle waren Rituale oder Fusionen. Okay. Nachdem du zwei Pendel-Monster als Zauber in die Pendel-Zone gespielt hast, kannst du eine spezielle Pendel-Beschwörung durch. Man muss die Pendel-Monster als Zauberkarten spielen, um sie zu beschwören. Moment mal, aber sind diese Pendel-Zonen auch Zauber- oder Fallenzonen? Oh Gott, buntäugiger Pendel-Drache. Ist der ugly, Digga. Ist dieses Monster-Wüst. Sorry, sorry, ich muss aufhören, Pokémon, äh, Pokémon, Digga, Yu-Gi-Oh! zu bashen. Ich bin open-minded, ich lasse mich auf das Experiment hier ein. Da sie so viel zu tun haben, was? Da sie so viel zu tun, haben sie zwei Effekt- Textfelder auf sich. Ich kann mir nicht lau- Oh, dieses Spiel! Oh mein Gott, stimmt das? Oh mein Gott, dieses Spiel hat den Übersetzungsfehler. Oh, köstlich! Oh mein Gott, okay, ich freue mich schon auf die Übersetzungsfehler. Ich dachte gerade wieder, ich könnte nicht lesen. Wenn du deine Pendelkarte als Zauber in der Pendelzone aktivierst, bleibt es auf dem Spielfeld. Äh, und du kannst ihr Pendel-Effekt nutzen. der in dem oberen Textfeld steht. Okay, du kannst ein Pendelmonster auch beschwören oder setzen als Monster. Dies geschieht, indem du das Monster zun... Okay. Ein weiterer Vorteil von Pendelmonstern ist, dass sie nicht wie normale Monster auf den Friedhof geschickt werden, sondern offen in dein Extra-Deck gelegt werden. Dies gilt, wenn das Pendelmonster entweder als Zauber oder als Monsterkarte gespielt wurde. Okay, aber nicht, wenn es von der Hand zerstört wird. Dann geht es immer noch auf den Friedhof. Okay. Jetzt werden wir dir zeigen, wie eine Pendel- Beschwörung funktioniert. Okay, Bro, let's go, let's do this. Zeit für ein Duell! Wow, du hast drei Pendelkarten in der Hand. Lass uns das Beste aus diesen Pendelmonstern holen. Pendelmonsters. Diese Karten werden in Pendelzonen gespielt. Okay, Bro, ja. Beginnen wir eine Pendelbeschwörung. Platziere zuerst buntäugiger Pendeldrache in eine Pendelzone. Okay. Platziere nun zeitdeutender Magi. Ich kann die einfach alle in eine Pendelzone machen. Du kannst einmal pro Zug Pendelbeschwören während der Mainphase. Jede Pendelkarte hat einen Pendelbereich und wahrscheinlich noch eine Pendelunterhose und Pendelplug auf den Zähnen. Alter, was ist denn da los? Die durch eine Zahl zwischen den roten und blauen Pfeilen angezeigt wird. In der Pendelbeschwörung kannst du so viele Monster wie du willst aus der Hand beschwören. Warte, was? In einer Pendelbeschwörung kannst du so viele Monster wie du willst aus deiner Hand beschwören. Oder von den offenen Pendelmonstern deinen Extraday. Kann es sein, dass das das größte Mindfuck die größte Mindfuck-Mechanic ist? Ich raffe gar nichts. Jedoch muss die Stufe vor... Wie sind die von Synchro Stern plus Stern gibt Stern und von Xyz Stufe und gleiche Stufe geben gleiche Stufe. Wie sind die von dem auf fucking Pendel Pendel alles dazwischen kannst du beschwören extra Deck so viel wie du willst. Ich raffe gar nichts mehr. Du kannst nur ein Monster beschwören, die zwischen Stufe 4 und 8 sind. Oh. Okay. Moment. Ich kann also das beschwören hier, ne? Hallo? Ich will doch beschwören. Hä? Achso, wähle den Pendeldrachen. Pendelbeschwörung. Spezialbeschwöre den Dolphmann und den hier. Okay. 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 Digga, macht sich da gleich ein Portal auf und Kiratina kommt raus oder was ist da los, Alter? Aha. Nutzen wir die Fähigkeit vom Künstlerkumpel Dolph. Dolchmann. Peitschenschlange abzuwerfen, um eine Karte zu ziehen. Normalbeschwörung durchführen. Okay, den flippen wir aber. Aha. Okay. Top. Okay, das war der erste Zug. Nein, ich will nicht das Tutorial verlassen. den Effekt von blau buntäugiger Pendeldrache. Oh. Hoppala. Ist das überhaupt noch Yu-Gi-Oh? Scheinbar. Lavawächter. Ja, siehst du, den kennen wir doch noch. Und den Sumpfwächter. Und die werden jetzt für den König der Kampf wachen. Oh Gott. Oh Gott. Äh. Was passiert da? Battle Phase. Okay. Okay, der kann mehrfach angreifen. Oh. Oh, der kann dreimal angreifen. Okay, cool. Und ich habe einen Esel gezogen. Bruder, dein Ernst? Boah, dein Gegner hat wirklich deine Monster ausgelöscht. Lass uns Pendel beschwören, um einige von ihnen zurückzuholen. Lass uns den Pendelbereich wieder herstellen. Dicker, mein Gegner hat den König der Kampf wachen. Und ich kriege den fucking Freund Esel? Okay. Pendelzone. Du kannst Pendel beschwören. Extra Deck. Okay, Pendelbeschwörung. Äh. Falls die Karte gegen ein Monster deines Gegners kämpft, wird der Kampfschaden verdoppelt, den diese Karte deinem Gegner zufügt. Der Kampfschaden. Ach so, der Schaden, nicht der Angriff. Okay. Äh. Ehrlich gesagt. Was kann der? Falls dir die Karte als normaler Spezialbeschwörung beschworen wird, alle Monster, die dein Gegner kontrolliert, verlieren 600 ATK. Yes. Nein, ich wollte doch den Esel auch beschwören. Dammit. Aber gut, ich brauch den. Beeindruckend. Okay. Künstler, Kumpel, Schwertfisch. Jawohl. Und damit hat er genau weniger. So, dann holen wir noch den Esel, weil wir es können. Ja. Und wir können die Schlange holen. Im Angriffsmodus. Die hat auch einen Effekt. Oh. Hoppala. Äh, einmal pro Spielzug während der Mainphase im beliebigen Spiel, dass du kannst ein offenes Monster auf dem Spielfeld wählen, vertauschen bis zum Ende ATK und DEF. Bruder. Dein Ernst? Holy. Okay. Äh, Battleface. Ergriff, du Sohn. Warum habe ich 5000 gemacht? Bruder, wir haben gewonnen. Let's go. Let's go. Künstler, Koppel, Schwertfisch. Und nun, meine Freunde, gewinnen wir mit dem Esel. Meisterduellant. Der Profi. Damn. Declan, Declan, Declan Aqaba. Yusho Sakaki ist vor drei Jahren verschwunden und jetzt verwendet mein Sohn plötzlich eine radikale neue Methode der Beschwörung. Wer zum Teufel bist du? Finde alles über diesen Jungen heraus. Alle Fakten, die möglicherweise mit der Panelbeschwörung zusammenhängen. Warum ist es radikal? Bruder, das ist ein Kartenspiel. God damn it. Hättest du lieber wieder Ga 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 und Gu Gu Gu? Ey, Digger, ich hätte nie gedacht, dass ich das sagen würde eines Tages, aber tatsächlich. Pendel ist so ein Dreck. Ich weiß nicht, ich finde es volli. Ich finde es witzig. Okay, also, um nochmal kurz zu verstehen, was hier passiert ist. Yuya, der Hauptcharakter von Ark V, hat die Pendelbeschwörungen erfunden in diesem Duell. Hört sich für mich ein bisschen so an, als hätte er einfach geschummelt und einfach gesagt, das ist die Pendelbeschwörungen. Das sind die Pendelbeschwörungen. Kanntest du diese Regel noch nicht? Ich kann jetzt so viele Monster beschwören, wie ich möchte. Das hört sich sehr nach einem alten Schulhof-Flunkerei-Trick an. Wer bist du denn? Ich bin nur einer deiner größten Fans. Mein Name ist Silvio. Um genau zu sein, es ist mir eine Ehre. Oh, hi. Ich habe dein Duell gegen den Vorschlag an meinem Fernsehen gehört. Du warst très magnifique. Deine neue Pendelbeschwörungstechnik hat mir den Atem geraubt. Er hat einfach neue Spielregeln erfunden und du nennst es Technik? Du meinst meine Pendelkarten? Genau, nur ein Duellant mit so einem krassen Schlong kann das durchführen. Es ist nicht nötig, sein Ego weiter aufzupumpen. Er platzt schon bald. Was will die denn jetzt, Alter? Ist das Sakura? Sakura! Ich dachte, da hätten nur Leo-Schüler Zutritt. Ich habe nun schon einen Platz reserviert. Ich bin zufällig einer der besten Schüler des Instituts. Oh, ist das etwa der Bösewicht beziehungsweise der Rivale? Willkommen im Leo-Institut für Duelle. Das Institut wird von der Leo-Corporation verwaltet. Sie haben keine Kosten gescheut, um unser Institut zu einem der besten Duell-Institution der Welt zu machen. Ich habe gehört, dass You-Show eine recht gute Schule ist. Danke für das Kompliment. Ich schätze, dass deine Schule ist in allem besser. Oh Gott. Ist es gerade ein Cock-Vergleich? Oder? Ich interessiere mich für Karten, die du für Pendel-Beschwörungen verwendest. Würdest du dir etwas ausmachen, wenn ich einen Blick drauf werfe? Mit diesen Karten kann ich also eine Pendel-Beschwörung durchführen? Ich füge sie meiner Sammlung seltener Karten hinzu. Hä? Er klaut die mir jetzt einfach die Karten? Ey, das ist ja wirklich wie auf dem Schulhof. Ich habe etwas für dich. Ich biete diese stinknormalen Karten zum Tausch gegen deine Pendel-Karten an. Sie sind wertlos, genau wie du. Bruder, und dann stellt er sich noch als Fan vor. Ein richtiger Bulli. Ein richtiger Bulli. Keine Karte ist wertlos. Äh, doch. Showtime! Okay, Bro. Damn! Man soll doch immer mit Stein beginnen. Okay. Das meint gefühlt alle, aber die Dual-Disks in der Welt sind so gut ausgestattet, dass sie Cheats erkennen. Und Pendel haben sie akzeptiert. Deshalb ist es legit. Aber warum soll das legit sein? Es gehört nicht zum Spiel. Er hat es einfach selbst gemacht. Und wozu sind die Pendelmonster vorher gut? Hat der Pendelmonster selbst gedruckt? Oder wie ist die Lore von diesem Spiel? So. Wir haben einen für einen. Activate. Damit kann ich den auf den Friedhof legen. Und dafür eine Blockspinne beschwören. Mit null Angriff. Ja, ich würde gerne den Effekt aktivieren. Ehrlich gesagt, hätte ich den nicht im Angriffsmodus spielen dürfen. Okay. Dann setze ich das Ding noch in die Pendelzone, weil das ist ein Frosch. Die Drehkröte. Die ist sehr cool. Kann ich den jetzt... Oh, der hat jetzt 100 Angriff. Voll, Digga. Dann holen wir das Künstler-Insekt. Künstler-Kumpel Bogenhüpfer. Der auch einen Effekt hat. Du kannst einen Künstler-Monster als Tribut anbieten. Und dann ein anderes Kumpel-Friedhof aus dem Tribut anzufügen. Oh, Gott. Okay. Ich habe den Eindruck, dass Syltio Savatari mit uns gleich den Boden wischen wird, Digga. Ich habe, glaube ich, so falsch gespielt wie ich, kann man gar nicht, ne? Oh, mein goodness. Holte er jetzt den schwarzen Magier? Den schwarzen Magier? Warum habe ich 11.000 Life Points? Hä? Julia ist so ein Schummler! What the fuck? Okay. So, wir setzen das Ding in die Pendelzone. Warum kann ich jetzt keine Pendel-Beschwörung machen? Okay, heulendes Insekt. Der macht nichts, wenn die Sekate durch Kampf zerstört wird auf dem Friedhof. Du kannst einen Monster Typ Insekt spezial bestören. Gut, in Verteidigungsposition mit dir, Brudi. Warte mal. Der Gegner hat nur 1200 Artika. Ha! Ich töte deinen Stern Monster und hol einen Bogenhüpfer! Bogenhüpfer! Und jetzt greife ich mit dem Bogenhüpfer deine Life Points direkt an! Hey, wie gewinnen wir das gerade? Du hast drei und vier, da ist nichts dazwischen. Oh! True? Stimmt, da steht ja sogar die Zahl. Hoppala! Kriege ich diese Pendel Monster irgendwie aus dieser Zone raus? Oder? Oh, er pendelt. Er pendelt, der Junge. Äh, warte mal, ist das ne, ist das ne fucking Ist das ne Eins und ne Acht? Oder wie? Hey! Was ist das für ein Feld in der Mitte? What the hell? Und jetzt holt er den Kanonensoldat. Oh Gott, Digga. Bruder, wie gut würfelt er? What? Okay, äh, Kaleido Score. Einmal pro Spielzug kannst ein offenes Monster wählen, das du kontrollierst in diesem Spielzug kann es als Spezialbeschworene Monster, die dein Gegner kontrolliert, einmal angreifen. Toll. Moment mal, ist Kaleido Skorp hat Okay, Moment. Wir beschwören Kaleido Skorp und opfern dafür ne Blockspinne. Nun aktiviere ich den Effekt von meinem Froschkumpel Drehkröte, um den Angriff und die Verteidigung meines Skorpions zu drehen. Nun aktiviere ich seinen eigenen Effekt auf ihn selbst und gehe in die Battle Phase über. Und jetzt kann ich mit dem Kaleido Skorp alle Spezialbeschworenen Monster angreifen. Außer das andere Spezialbeschworene. Okay, whatever, bye. Well, das Problem ist, dass mein Kaleido Skorp jetzt wieder 400 Angriff hat, ne? Warum greift er nicht an? Warum spielt er nicht richtig? Der verhöhnt mich, der Silvio. So, Künstler Segel, Segelbälle. Harmonische Oszillation. Oha, ist das eine Karte von Tubo? Ist das der reverbende Oszillator? Okay, wir aktivieren das mal, weil das wird halt safe irgendwas Gutes sein. Oh, well. Angriffsposition als Angriffstil gewählt wird, du kannst die Karte in der Verteidigungsposition ändern, falls du dies tust, annulliere den Angriff. Oha. Okay, dann machen wir das gleiche einfach nochmal, ne? Wir greifen jetzt einfach den Collège hier an und die Life Points. Jawohl, wir gewinnen! Ich mach in der Main Phase 2 nie was, ne? Ich bin so ein richtiger Duel Links Spieler, Digga. Scheiß auf Main Phase 2, die bringt nix. Das Feld in der Mitte ist für Exis Fusions Link Synchro-Monster und vom Extra-Wack beschworene Pindel-Monster. Warte mal, die kommen, die Synchros kommen nicht mehr aufs normale Feld. Raigeki-Brecher haut er raus, okay. Ja, ich glaube, du bist trotzdem tot, ne? Wenn ich aktiviere, meine Drehkröte, meinen besten Freund und hol die Blockspinne raus mit null Angriff. Geh in die Battle Phase und zerstöre dein Leben! Ups! Tja, Silvio, was sagst du jetzt, ha? Oh, nicht übel, Julia! Du hast gewonnen, aber deine Pendelkarten hast du trotzdem verloren. In diesem Moment stürmte eine mysteriöse Gestalt heran, um Silvia Julias Karten zu entreißen. Er hat einen Lolli in der Hand. Lass dir das eine Lehre sein. Julia rockt und der Schikaneur hat's verbockt. Und wer bist du? Jemand, den du mit deinen Fähigkeiten begeistert hast. Der heißt Sora? Bist du auch am Leo-Institut? Sora Purse? Bro, nimm das zurück. Ich habe darüber nachgedacht, aber deine Moves haben meine Meinung geändert. Ich mache dich zu meinem Duell-Guru. Mein Name ist übrigens Sora. Echt cool, dich endlich zu treffen. Oh Gott, Alter, Yuya Sakaki. In dem Scheiben mehr zu stecken, als ich angenommen hatte. So, dann wollen wir direkt weiter, Freunde, ohne weiter zu labern. Nach Sylvios fehlgeschlagenen Versuch, Yuya's Pendelkarten zu stehlen, behielt Susu den Dieb genau im Auge. Ich habe gehört, dass du vorhast, dich an Yuya zu rächen. Nun, ich werde das nicht zulassen. Du lehre dich stattdessen mit mir hier und jetzt. Digga, es geht hier um ein Kartenspiel. Das ist nicht dein Ernst, oder? Was ist los mit dir? Hast du Angst? Du kriegst ein Duell. Oh, das ist Yuto. Yo, warum ist er nicht der Hauptcharakter? Der sieht halt schon cooler aus als Yuyu. Ich hoffe, ich störe nicht. siehst du nicht, dass wir beschäftigt sind? Wir wollten gerade rummachen. Ja, wir werden uns duellieren. Oh, shit. Finsterer Rebellions Existrache als Existbeschwörung. Alter. Susu Boyle. Wer ist das? Ist das der Sportlehrer? Ist das der etwas zu alte Dude, der die Klasse fünfmal wiederholt hat und sein bester Freund ist jetzt ein Elfjähriger? Wer zum Teufel ist Susu Boyle, Alter? Beziehungsweise Skip Boyle. Oh mein Gott, Henrietta Acava. Ey, sind die alle miteinander verwandt? Henrietta? Vielleicht kann ich ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Ja, die Vorsitzende des Leo Instituts für Duelle. War da was? Ich weiß, was meine Augen an jenem Tag sahen, aber vielleicht habe ich mir das bloß eingebildet. Ist okay, sag einfach, was dein Herz dir sagt. Mein Herz sagt, du bist unschuldig. Um was geht's gerade, Digga? Wie süß, wenn du nicht willst, dass die Behörden hinzuziehen, schlage ich vor, Wenn eure Schule gewinnt, werde ich den Vorfall mit Yuya vergessen. Hä, um was geht's? Aber wenn wir das Duell gewinnen, dann übernimmt das Leo Institut die Yu-Show Duellschule mit sofortiger Wirkung. Das ist ja übel, das Hä? Das ist sowas von, die bedroht uns ja, das ist ja, die übelste Bedrohung und Bestärkung, Alter. Entweder ihr übergebt uns unsere Schule oder wir zeigen euch an und ihr geht in den Knast oder wie. Wurde das alles neu inszeniert, um unsere Schule zu übernehmen? Nein, natürlich nicht. Aber wenn ich eine Gelegenheit sehe, packe ich verschwendet, so ein Müll, ihr geht in eine Schule, um Yu-Gi-Oh Regeln zu lehren? Das ist ein Kartenspiel, das lernt man in zwei Stunden komplett. Aber gut, scheinbar kann man in, wo auch immer das ist, einen Studiengang Yu-Gi-Oh Yu-Gi-Oh Tourismus einfügen. Du bist kein Mitglied der Yu-Show Duellschule. Wir sollen uns mit Henrietta? Digga, ich komme nicht mehr klar. Die Schüler, die ich von Leo Institut mitgebracht habe, sind allesamt Klassenbeste. Ja, was heißt Klassenbeste? Wenn es einen Schüler gibt in der Klasse, ist er automatisch Klassenbeste, du Troll. Dipper Dipper Orion. Das ist mein Name, vergess ihn ja nicht. Es interessiert mich ein Scheißdreck, wie dein Name ist, Digga. Dipper Orion. Ey, es tut mir leid, ne, aber Yu-Gi-Oh ist halt Shushwalla, Brudi. Oh Gott, wir verlieren schon wieder. Das gibt's nicht. Egal, ich bin ein Sakaki und ich verliere nie. Oh cool, nur Zauberkarten. Yuto und Yuya haben dasselbe Gesicht. Da muss ich mal drauf achten. So, wir haben Pendelruf, wir haben Sternillusion, wir haben verbergende Schwerter, die Drehkröte und den Taifun. So, zerstöre diese Karte während deiner zweiten Standby Phase nach Aktivierung und diese Karte ausgelöst wird. Ändere alle Monster, die dein Gegner kontrolliert in die verdeckte Verteidigungsposition. Monster, die dein Gegner kontrolliert, können ihre Kampffosition nicht ändern. Gut, dann mach ich mal den hier. Pendelruf, wirf eine Karte aus deiner Hand ab. Falls dein Gegner kontrolliert, du gleich viele oder weniger Monster kontrollierst, Monster, die sich derzeit am Spiel befinden, erhalten bis zum Ende des Spielsugs, Artika, in Höhe der Summe der Stufen aller Monster. Ja, komm, weg damit. Wähle zwei Karten. Okay, die kriege ich jetzt auf die Hand. Cool. Das heißt, ich setze meinem besten Freund den Frosch und dann aber auch den Sterndeuter Magier. und das war's, oder? Nein, ich beschwöre natürlich noch den hier und setze das Ding hier hin und das war's mit meinem Zug. Kurze Erklärung für dich, Sefi, die Zonen in der Mitte sind extra Linkzone, wo du deine Linkmonster, das sind die Duell blauen Karten mit Pfeilen Pendelmonster vom Extra Deck Spezial beschwören kannst. Synchro Exis funktioniert so, du kannst immer noch überall spielen. Früher, als Link neu rauskam, könnte man Monster vom Extra Deck nur in solche Monsterzonen spielen, aber sie haben wieder umgeändert. Okay, ich verstehe. All right, elegante Wohltäterin. Oh no, er zerstört meinen mystischen Raumtaipun. Sternzeichen, Kundler Pollux, 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 Sombrero, Algedi, Algedi, Oh my goodness. Okay, der zerflext mich gleich. Krass, ne? Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Dripper Orion, Digga, du kannst das nicht machen. Dipper meine ich natürlich. Er dippt seinen Oreo Keks gerade in meinen Anus, Junge. Ja, wenn diese Karte als Normalverschwerung beschworen wird, kannst eine Karte der Pendelzone beliebig auf die Hand zurückgeben. Zeit für verbergende Schwerter! Und er hat glücklicherweise seinen mystischen Raumtaipun bereits verschwendet, ne? Jetzt kann ich die hier aktivieren. Trampolux. Und dann hole ich die einfach auf die Hand zurück. So, jetzt habe ich glaube ich zwei Phasen oder zwei Runden um Karten zu ziehen. Ja, der Esel ist da! Ich beschwöre natürlich den Esel der nichts tut. Okay. Okay, man. Okay, dann greife ich mal die ganzen Monster mit meinem Esel an. Wie viele Dev haben die? 600, okay. Wird wahrscheinlich nicht reichen für meine Katze, ne? Rudi, ich brauche ein starkes Monster. Oh no, ruft er Gejagten. Aber warte mal, wird der nicht umgedreht? Von meiner Zauberkarte? Nein, scheinbar nicht. Nein, nicht mein Esel! Bitte nicht mein Esel! Oh wow, ich habe einfach noch so ein Ding bekommen. Cool. Okay, jetzt ruft er Gejagten auf seinem Feld und er hat eine Fallenkarte. weniger, die er legen kann. Null. Oh Gott. Okay, er kann scheinbar immer noch einfach angreifen. Oh, okay. Bruder, was soll das? Was ist das für eine Schmutzkacke hier? Alles, was ich habe, ist das? Oh, was ist das? Le Melody, Dankeschön für den Raid by the way. Grüße gehen raus. Bruder, dann mach gleich den Haram mit mir, ne? Der hat fünf Monster und Sunkrot jetzt sogar noch. Boah, Digga. Ja, das wird es gleich gewesen sein, Junge. Boah, Bruder, 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 Bruder. Kann der irgendwas gegen meine... Ja, kann er. Shit. Boah, mollywoppt er mich gleich. Oh mein Gott. No. Damn, Bro. Damn, hat der mir auf die Fresse gegeben gerade. Holy shit. Ey, ich meine, was hätte ich machen können? Ich habe halt nur Lichtschwerter gezogen, ne? Shit. Damn, der Dip Orion hat uns aber mächtig aufs Mull gegeben.